In dem heutigen Video werden wir so gut wie es uns möglich ist, Karate-Training gemeinsam zu machen. Das heißt, ich werde euch Übungen vormachen und wenn ihr die Möglichkeit habt, daheim das auf eurem Fernseher ablaufen zu lassen, dann wäre es für euch einfacher, das nachzumachen. Ich werde auch Kommandos geben, so dass ihr auf Kommando wisst, wann ihr jetzt zum Beispiel Kick machen müsst und euch bewegen müsst. Wir gehen allerdings nur die Grundtechniken durch, weil ich denke mal, ihr habt daheim nicht so viel Platz, dass wir zum Beispiel jetzt eine ganze Kata gemeinsam machen könnten. Würde ich vielleicht im nächsten Video hinzufügen, aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen Grundtechniken durch. Das Video wird auch ein bisschen länger gehen, als ihr es gewohnt sagt, deswegen einfach mal mitmachen, guckt, dass ihr den Karate-Anzug anzieht, Gürtel anbindet und dann geht es auch schon los. Okay, also, ja, bis dann. Fangen wir erstmal ganz locker, müssen die Arme kreisen. Wir machen jetzt kein ausführliches Aufwandtraining, ja, ich mache nur ganz kurz ein bisschen was, sodass ihr mal anfangt und wenn ihr was hinzufügen wollt daheim, dann könnt ihr das natürlich machen, ja, kein Problem. So, in die andere Richtung kreisen. Guckt, dass die Arme immer schön gestreckt bleiben. Jetzt geht einer hoch, der andere runter und dann drücken wir die Arme zweimal nach hinten und wechseln auch. Immer schön die Arme gestreckt lassen, genau. Jetzt nehmen wir die Fäuste zusammen, die Ellenbogen gehen auf das Schulteröl, Füße leicht öffnen, okay. Also nicht so hoch, sondern schön hoch die Ellenbogen. Und dann drücken wir die Ellenbogen zweimal nach außen, also so. Eins, zwei. Und beim dritten Mal gehen wir auf die Zehenspitze und drücken die Arme nach außen, soweit es geht und dann wieder zu hören. So, also hier. Eins, zwei, drei. Und weiter. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und noch einmal. Eins, zwei, drei. Gut. Ellenbogen bleiben oben, Füße bleiben fest stehen und dann drücken wir den Oberkörper zweimal auf die rechte Seite und zweimal auf die linke Seite. Hier. Kopf geht mit. Guckt, dass ihr euch nicht überdreht, sondern schön locker bleibt. Noch einmal. Okay, gut. So. Das war jetzt mal so ein kleiner Anfang. Wie gesagt, wenn ihr noch die Übung ein bisschen länger machen wollt am Anfang, dann macht das doch gar kein Problem. So. Rein und so was kann man hin. Guckt, dass ihr die Fußspitze nach vorne zeigt, nicht zur Seite nach vorne. Beide gestreckt lassen und dann dehnen. Ihr kennt das. Zweimal links, rechts und in die Mitte. Und schön in Bewegung reiben. Oberkörper geht immer schön mit. Und beide Hände mitnehmen. Schnell weiter machen. Gut. Jetzt eine Seite halten. Körper so weit wie es geht an das Bein heran drücken. Ich zähle bis 10 und dann wechseln wir. Und los geht's. Kopf runter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und jetzt drei Nächsten. Köpfe runter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zehn. Neun und neun. naun und neun. Bis ich bald hin bin, neun und neun und neun und neun. Neun. und 10. Okay, gut. So. Hinsetzen, Beine schön aufmachen und wieder zweimal links, rechts und in die Mitte. Körper schön mitnehmen, die Arme gehen auch beide mit. Und immer nur so weit wie es möglich ist. Also nicht übertreiben. Körper schön runter. Wer will, macht noch ein Stück weiter rauf. Aber wie gesagt, nicht übertreiben. So, jetzt wieder eine Seite halten, Körper runter, ich zähle wieder bis 10. Und los geht's. Alle runter. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ein Wechsel. Runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und in die Mitte. Arme nach vorne strecken, guck, dass die beiden gerade bleiben. Immer nur so weit wie es geht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Noch nicht. Neun. Neun. Und zehn. Okay, gut. Beine nach vorne strecken. Jetzt müssen wir durchlocken. Schön zusammenziehen. Fußsohle an Fußsohle. An den Füßen fassen. So weit wie es geht, dann drücken an den Körper. Rücken gerade lassen. Und hier schön ein bisschen noch mal die Leiste lockern. Der Schmetterling. Genau. Schön in Bewebung bleiben. Und gerade lassen, wie gesagt. Okay, gut. So, jetzt gehen wir hoch. So, ein bisschen durchlocken die Beine. So. Jetzt bringen wir ein Knie nach oben und kreisen das Bein praktisch so nach außen hier. Einfach so nach außen kreisen. Wer will, setzt ab. Wer kann, macht so. Okay. Einfach ein paar Mal kreisen. Das ist noch mal so locker werden. So. Und jetzt die andere Seite. Schön kreisen. Okay. Und noch mal zum Abschluss die Beine auseinandernehmen. Und dann sind wir auch bereit. So. Noch mal in die Mitte gehen. Und jetzt nehmen wir die Hände und die Arme nicht auf die Matte oder auf den Boden, sondern mit der Handfläche hier auf die Füße. Okay. Und noch mal Körper runter und so bleiben. Und dann sind wir gelegt. Ich zähle wieder bis zehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Okay, gut. So. Jetzt sind wir oben. Jetzt können wir loslegen. Noch ein bisschen lockern. Schön die Beine ein bisschen durchlockern. Okay. So. Wir fangen zuerst an mit den Standardkicks. Okay. Und dann gehen wir in die Grundstellung. Ganz wichtig bei unserem Karate System. Ja. Dass wir mit den Grundstellungen das hinbekommen. Und dass ihr das auch noch könnt. Auch wenn ihr wieder zurückkommt. Damit die Cutters auch weiterhin funktionieren. Okay. So. Wir fangen an. Ich stelle mich mal seitlich hier zuerst. Mein Fuß nach vorne. Immer nach hinten. Leichte Tankfaltung. Deckung. Okay. Und dann tun wir das rechte Bein. Oder dass man das gerade hinten steht. Von innen nach außen kreisen. Hier. Und wieder zurück. Okay. Also. Linker Fuß nach vorne. Deckung halten. Wir machen jetzt mal alles fünfmal. Okay. Damit wir auch jede Übung durchkommen. So. Deckung halten. Beine hinten gerade lassen. Und. Beine nach außen schwingen. Eins. Und wieder in eine Ausgangsposition. Hände sind nicht unten. Oben lassen. Brauch nicht vor die Augen. Weck ihn da. Hier. Schön runter. Und zwei. Drei. Vier. Und fünf. Und wieder Bein wechseln. Jetzt das Bein. Jetzt das Bein gerade nach oben schwingen. Das heißt. Rechte Bein geht Richtung rechte Schulter. Passt auf, dass du nicht in die Mitte ziehst. Sonst trefft wieder in die Nase. Und Kopfhau nicht nach unten drücken. Schön wieder seitlich. Also schön hier. Rechte Bein. Nicht vom rechten Schulter ziehen hier. Dann dann wieder runter. Einmal nur gerade hochziehen. Und wieder runter schwingen. Okay. Also. Weit mal rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Gut. Ein wechseln. Deckung halten. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Gut. Ein wechseln. Gut. Ein wechseln.